So, wir machen jetzt die Wippa 1 von Pyrotrade, eine Firma aus Österreich. Nehmen wir uns mal fünf Stück. Jetzt kommt ein Auto. F*** off. Okay. Ich hoffe, er sagt was. Ich würde es feiern. Okay, gerade ein Auto vorbeigekommen. Egal, es ist Silvester, wir dürfen. Testen wir mal die Wippa 1. Fünf Stück. Ja, er ist geschnüpfelt, aber die Lautstärke war jetzt nicht so prickelnd. Ja, ist eigentlich ganz okay, aber es geht auf jeden Fall besser. Ja, das sind jetzt nicht so die überkrassen Böller. Da gibt es definitiv bessere, würde ich sagen. Okay. 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 ㅂ